nicht der mörder der ermordete ist schuldig dies ist eine alle librivoxaufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei nicht der mörder der ermordete ist schuldig motto nun sind wir entzweit wie wir einst im grenzenlosen lieben späße der unendlichkeit getrieben ahnen wir im traum und in einer wunderbaren leisen rührung stürzt der raum werfel vater und sohn erster teil wie habe ich immer die knaben beneidet deren väter in den portierlogen oder auf den türbänken gelassen und freundlich am sonntagnachmittagen ihre pfeife rauchten und wie erst die buben in den bürgerzimmern wo der hausherr behaglich gerötet in hemdsärmeln die virginia im munde und ein halb gelehrtes bierglas vor sich an dem weißen tisch saß ich will von der erschütterung schweigen die ich einmal noch als ganz kleiner kadettenschüler empfand als ich an dem offenen fenster einer parterre wohnung vorbeiging und dahinter einen älteren mann am klavier sah der aus einem aufgeschlagenen notenbuch die arie des cherubim neue freuden neue schmerzen spielte die sein sohn ein wunderschöner elfjähriger junge mit der reinen heiligen stimme des kirchensopranisten sang bitterlicher als damals habe ich nie mehr geweint denn mein weg führte aus der kaserne wo ich allsonntäglich meinem vater über die ergebnisse der woche rechenschaft ablegen musste in die kadettenanstalt zurück ja mein vater rauchte zigaretten und spielte nicht klavier er rauchte zigaretten und zwar solche die ihm meine mutter seine verschüchterte harte dienerin traurigen angedenkens allabendlich bis in die nacht hinein mit der maschine stopfte denn sein tagesbedarf war groß mit nobelzitternden gelb spitzigen fingern führte er diese zigaretten zum mund ob er nun in der bataillonskanzlei saß über den exerzierplatz ritt oder gelangweilt nach der ursache eines zornausbruchs sinnend in seinem zimmer auf und ab ging schon als achtjährigem buben war es mir klar daß der kein guter mensch sein könne der immerfort solche rauchstöße durch die nüstern der nase blies alles an diesem vater war von oben herab und rauch durch die nüstern stoßen das taten doch nur die drachen die es jetzt nicht mehr gab wir waren um diese zeit in einer der großen landeshauptstädte mit starker garnison stationiert ich erinnere mich daß mein vater anfangs als hauptmann dem hausregiment zugeteilt gewesen ist ich selbst war zögling der kadettenanstalt dieser stadt also schon als kind zu schwerer zuchthausstrafe verurteilt doch noch härter war mein los als das der anderen offiziersöhne wer nicht in einem unerbittlichen institut aufgewachsen ist wird sein lebtag die bedeutung des wortes sonntag nicht ermessen sonntag das ist der tag wo die erdrosselnde hand der angst um den hals sich lockert sonntag das ist ein erwachen ohne bangen brechreiz sonntag das ist der tag ohne prüfung strafe erbitterten lehrerschrei der tag ohne schande ohne zurückgewürzte tränen erniedrigungen der tag da man in einem süßen glockenmeer erwacht die bäume des armseligen anstaltsgartens sind bäume und nicht fühllose gefangenenwächter wie sonst der tag wo jeder mit dem weißen erlaubnisschein die wache am tor passiert und in die freiheit und freude tritt ach selbst der sonntag konnte mich nicht vormachen dieser tag den die kameraden in aller frühe schon mit unterdrückten jubelschreien begrüßten wenn sie aufsprangen und ihre köpfe unter die mager tröpfelnde waschgelegenheit hielten sie durften den ganzen tag über ausbleiben bis neun uhr abends ja manche sogar bis zehn bis elf dann erst zu solch später stunde warf sich das furchtbare montagsgespenst mit der wucht der versäumnisse und ungelösten aufgaben über sie aber am morgen entflohen sie zitternd und droht vor glück dem kerker kehrten in ein heim ein wo sie wenn auch spärlich so doch eine spur von liebe und betreuung empfingen sie wurden am nachmittag in eine konditorei geführt oder durften mit ihren eltern auf der terrasse eines cafés sitzen oder in einem restaurationsgarten in den schneidigen blech und paukendonner der militärmusik tauchen was war mein sonntag um zehn uhr morgens verließ ich die kadettenschule mit entsetzlichem herzklopfen und einer schweren übelkeit im magen ohne daß ich vermocht hätte den frühstückskaffee aus der verbeulten soldatenblechschale herunter zu trinken denn ich mußte punkt halb elf in der bataillonskanzlei vor meinem vater stehen der mich mit dienstlich verächtlichem blicke maß und anfuhr korporal wie stehen sie da das wiederholte sich jedesmal meine knie schlotterten dann und mit anspannung aller kräfte nahm ich strammer stellung es folgte das verhör über die noten und zensuren die ich in der abgelaufenen woche davongetragen hatte niemals ein lob immer aber flogen mir kommisschimpfworte an den kopf und ich pries den gottestag an dem es mir so gut erging daß ich nur mit hohen bedacht worden war während dieser hinrichtungen blies der vater den rauch der zigaretten ohne aufhören durch die nase ich habe in meinem leben keine zigarette berührt und das ist wohl das einzige laster dem ich nicht verfiel der rapport schloß damit daß der vater sich über ein dienststück beugte den rechnungsfeldwebel der in der ecke der kanzlei die ganze zeit über stramm stand zu sich heranwinkte und ohne aufzublicken mir befahl abtreten auf der straße wurde es mir ganz bitter im mund ich konnte mit meinen kleinen beinen kaum mehr weiter von sonne und furcht waren mir die augen ganz betäubt und dennoch mußte ich mit gestreckten knien vorwärts schreiten den kopf salutierend nach rechts und nach links werfen um ja keinen offizier zu übersehen und noch eines alle meine mitschüler trugen am sonntag eigene uniformen aus kammgarnstoff und von gutem schnitt ich allein mußte in der plumpen errarischen montur meinen ausgang machen und wie oft schämte ich mich der blauen die beine verunstaltenden hosen todmüde kam ich so gegen die mittagsstunde zu dem hause wo meine eltern wohnten doch auch dieses haus war im bann meines schicksals gelegen es stand in der hörweite der retret und hornsignale jedesmal mit neuem herzklopfen läutete ich an meine mutter öffnete mir selbst denn offiziersfrauen können sich ja keine dienstboten halten ich küßte ihr die hand sie fuhr mir kurz mit ihren bigotten trockenen lippen über die stirne dann mußte ich den waffenrock ablegen und ein ausgewachsenes kurzärmeliges lüsterjäckchen anziehen eines meiner schulbücher nehmen und still dasitzen während die mutter mit kurzen merkwürdigen rucken in der küche hantierte wie sie hin und her ging dachte ich oft warum trägt meine mutter so große gerade stiefel mit breiten platten absätzen ganz anders als die geschwungenen schuhe welche die hellgekleideten frauen auf der straße tragen warum empfinde ich bei ihrem schritt nicht dasselbe wohlige gefühl das mich angesichts der schönen klappernden frauenschritte da draußen durchrieselt mittags kam der vater nach hause seine lackstiefeletten blitzten er brachte es fertig durch den ärgsten staub und ko zu gehen ohne dass sein tadelloses schuhwerk auch nur von dem kleinsten fleck verunstaltet wurde es geschah regelmäßig dasselbe er hing den chacko und frisch vernickelten salonsäbel an den haken zog sein bartbürstchen und kämmte sich zurecht schlug in der türe leicht die sporen aneinander und begrüßte meine mutter und mich die schon mit der suppe warteten mit einem förmlichen servus wie er es von kameradschaftsabenden her gewohnt war wenn er unter rangs jüngere kameraden trat beim essen wurde wenig gesprochen denn einen schweigsameren menschen als meine mutter habe ich nie gesehen die nur ein gegenstand völlig in schwung zu bringen vermochte der judenhaß mein vater machte zwischen zwei bissen dann und wann eine bemerkung über einen offizier den untergebenen und gleichgestellten pflegte er schlechtweg mit seinem zunamen zu nennen den vorgesetzten bezeichnete er mit der charge wobei er niemals vergaß das wort herr voranzusetzen er war ein ausgezeichneter offizier das dienstreglement war ihm in fleisch und blut übergegangen wenn er das wort an mich richtete so war es immer eine prüfungsfrage einmal zog er sogar während ich in meinem verflachsten rindfleisch stocherte eine zusammengefaltete generalstabskarte aus der tasche und verlangte von mir ich solle die karrenwege im raume von gesierna das ein unbedeutendes galizisches nest ist genau beschreiben das war selbst meiner mutter zuviel lass das kind essen karl sagte sie und ich habe ihr dieses gute wort kind nie vergessen diese mahlzeit war der höhepunkt meines sonntags um fünf uhr musste ich schon wieder in dem weiß getünchten zimmer mit den zehn eisenbettgestellen sitzen und über einer arithmetischen aufgabe brüten verzehrt von montagsangst und sodbrennen nur in den ferien war es etwas anders zwar unterließ es mein vater nicht die schule zu ersetzen und alltäglich mir ein rapport zu verordnen wo er das pensum das er mir tags vorher aufgebürdet hatte abhörte aber ich durfte doch eine stunde länger im bett liegen bleiben das nicht ganz so hart war als das der kadettenanstalt auch blieb mir zeit ein wenig zu flanieren mit dem hund zu spielen oder eine indianergeschichte zu lesen vollends erträglich wurde der zustand wenn die zeit der manöver heranrückte und der vater mit seinem regiment ins sommerquartier ging von dem ersten augenblick seiner abwesenheit an war meine mutter wie verwandelt sie ging mit mir viel spazieren erzählte von ihrem vater der rechnungsrat im finanzministerium gewesen war und ein berühmter schachspieler selbst ihre schuhe die meinen schönheitssinn immer beleidigt hatten bekamen eine weniger strenge und angenehm weibliche form ich mußte mir nicht mehr selbst die abgerissenen knöpfe annähen sie wusch mir auch den kopf und zog mir mit sorgfalt den scheitel eines tages kehrten wir sogar in eine konditorei ein und zum ersten mal im leben durfte ich schokolade mit schlagobers genießen einmal in dieser ferienzeit erwachte ich in der nacht da sah ich meine mutter mit einer kerze vor meinem bett stehen sie hatte das haar geöffnet und ich konnte erkennen dass es sehr schön war über ihr gesicht liefen viele tränen sie setzte sich zu mir und küßte mich in einem wilden plötzlichen überschwang da fing auch ich an unaufhaltsam zu weinen am morgen erwachte ich und hatte das erste mal in meiner jugendzeit wirklichen appetit in den ersten tagen des september kam der vater von den manövern zurück doch diesmal hatte ich ein ungeahntes glück er schien nicht derselbe zu sein sein gesicht war freundlicher und wohl gerötet seine gestalt weniger infanteriepedantisch fast die eines reiters er trug keine gelben waschhandschuhe als er eintrat sondern weiße dünne glacés klopfte mir auf die schulter und sagte nun bub wie waren die ferien ich traute meinen ohren nicht und wurde maßlos rot die veränderung im benehmen meines vaters hatte einen guten grund die manöver waren für ihn außerordentlich günstig abgelaufen bei der kritik hatte ihn der thronfolger dreimal höchst schmeichelhaft erwähnt er war fast außerturlich mit überspringung von sieben älteren haubleuten zum major avanciert und was die seltenste auszeichnung ist ihm war der adel mit dem prädikat edler von sporentritt verliehen worden es war vorauszusehen dass er trotzdem er das studium der kriegsschule einst hatte unterbrechen müssen zum generalstab versetzt werden würde die letzten acht tage dieser ferien waren die glücklichsten meiner ganzen kindheit der vater war jovial und eifrig bestrebt die gewohnheiten eines frontsoldaten mit denen eines militärischen diplomaten zu vertauschen hausrapporte prüfungen gespräche über kasernfragen verschwanden ganz in unser hinterzimmer zog eine hausschneiderin ein für meine mutter sollte ein straßenkostüm nach der mode angefertigt werden ihr gesicht glühte in mädchenhafter erregung wenn sie mit der alten jungfer über ein schnittmuster gebeugt stand oder selbst an der nähmaschine saß es konnte auch geschehen daß mein vater der jetzt eine weniger vorschriftsmäßige feinere uniform trug in das kabinett trat um einer anprobe beizuwohnen wenn er seine meinung über eine falte oder rüsche aussprach vergaß er nicht seinen worten einen näselnden leichtfertigen ton zu geben eines abends hatten wir sogar gäste der regimentskommandant und der brigadier mit ihren damen es gab vor dem braten eine vorspeise französischen salat in muscheln ich der bei tisch dabei sein durfte erstarb in ehrfurcht vor dieser geheimnisvollen edlen speise meine mutter bewegte sich in ihrem guten seidenen das heute ganz ungewohnt vornehm wirkte ihr schönes haar trat gut zu tage sie trug eine dünne goldkette an der ein türkiskreuz hing um den hals an den handgelenken klirrende silberarmbänder es wurde wein und bier getrunken der brigadier gab wohlwollend jüdische anekdoten zum besten der oberst kasernhof blühten beide nannten meinen vater lieber von sporentritt sie waren bürgerlichen namens und nicht wenig stolz daß ein so hochqualifizierter offizier in ihrem dienstbereiche stand als sie aufbrachen zwickte mich der general freundlich in die wange ich stand starr wie eine ordonnanz an der türe meine eltern waren mit diesem wohlgelungenen souper sehr zufrieden was ich bisher noch nie gesehen hatte ich sah meinen vater mit unterm kopf verschränkten armen sich in einem schaukelstuhl wiegen das war für mich eine überaus aristokratische geste vor dem schlafengehen küßte der vater meiner mutter die hand ich glaube das war der glücklichste augenblick ihres lebens so nahte für mich der letzte sonntag dieser wunderbaren ferien heran und der zufall wollte es daß dieser tag gerade mit meinem dreizehnten geburtstage zusammenfiel so durfte auch ich einmal im leben ein sonntagskind sein am morgen dieses tages trat ich zu meinem vater ins zimmer der gerade beim frühstück saß er ließ mich niedersetzen und teilnehmen trotz seiner freundlichkeit in den letzten tagen hätte ich in meiner verschrockenheit doch nicht gewagt dieser aufforderung zu folgen es ist ja heute dein geburtstag sagte er setz dich nur ich trank zaghaft aus der tasse die er mir hingestellt hatte er schwieg lange still und ich fühlte daß er über mich nachdachte du bist heute dreizehn jahre begann er plötzlich und die jugend geht rasch vorbei gerade an meinem dreizehnten geburtstag erinnere ich mich hatte mir mein vater der oberstleutnant ein besonderes vergnügen zum geschenke zugedacht ich will dir das gleiche geschenk machen und du magst ebenso an deinem sohne handeln du wirst es einmal verstehen daß die tradition den wert einer familie bedeutet halte dich heute nachtisch bereit und jetzt geh nach dem essen das besser war als sonst gebot mir der vater noch einmal mich anständig zurecht zu machen er selbst aber stand auf und ging in sein zimmer nach einer halben stunde kam er zurück aber was war geschehen er hat zivilkleidung angelegt und so wenig ich damals davon verstehen konnte so sehr fühlte ich doch die verwandlung ins armselige die mit diesem sonst so steifen und klirrenden menschen vor sich gegangen war das war nicht mehr die erdrückende erscheinung von vorhin so sahen die vornehmen herren auf der straße nicht aus dieser vater glich jetzt den mageren gestalten hinter den postschaltern unter den allzu kurzen ärmeln traten viel zu weit die angeknöpften manschetten vor der kragen schien eng und von einer veraltet unerfreulichen fasson zu sein die genähte krawatte ließ den gelben kragenknopf sehen die hosen überaus gebügelt spiegelten hinten was dadurch besonders sichtbar wurde daß der rock ebenso kurz wie alles andere war tadellos allein wirkten frisur stock hut und handschuhe die der vater als wäre er das sehr gewohnt leichthin in der hand trug wie wach ist doch ein kinderherz ich verstand so viel der mann der mein vater war jetzt hatte er sich enthüllt armut engbrüstigkeit und schäbigkeit nun traten sie als wahrheit hervor nachdem glanz und planz im kasten hingen und doch eine ungeheure welle von wärme und mitleid für ihn stieg in mir auf wir gingen über die straße beide mit dem dummen und kniewerfenden schritt der soldaten wohin gehen wir wagte ich zu fragen das wirst du schon sehen als wir mitten auf der großen brücke standen wußte ich plötzlich und das blut stockte mir vor wunderbarem entsetzen es geht auf die hetzinsel die hetzinsel war gleichsam der wurstelprater unserer stadt meine kameraden die sie hatten besuchen dürfen berichteten das tollste panoptikum grotten und bergbahn verzaubertes schloß fotograf schießstätten rasende karusselle elektrische theater dass diese entzückungen nicht fehlen durften war ja selbstverständlich daß aber ein wirkliches bodenständiges stück wüste da wäre mitten auf dieser flußinsel ein stück wahrer sahara auf dem echte beduinen ab halb vier uhr alltäglich ihre phantasier ritten das hatte mir ein besonders glücklicher und gewiegter besucher versichert mein vater und ich stiegen die breite treppe welche die große brücke seitlich unterbrach hinab traten durch ein hochgebautes torgerüste von dem hundert brennende fahnen niederwallten und standen schon im wunder im ersten augenblick verging mir der atem vor dem gigantischen lärm der auf mein ohr eindrang das angstvoll nur an das schrillen der exerzierpfeife und die bosheit des lehrerworts gewöhnt war selbst die furcht vor meinem vater schwand für eine sekunde ich wollte die hand ausstrecken um die seine anzufassen aber durchblitzt fuhr ich noch im letzten augenblick zurück unzählige menschen in unzähligen gruppen bogten durch mit gegeneinander und bildeten doch eine gleichgerichtete gemeinschaftliche strömung gerade so wie die vielen durcheinander tanzenden wirbel des wassers einen strom die irrsinnige musik der triumph der menge schloß mich ein wie etwas ungeahnt gütiges mein kleiner zertretener mut begann zu wachsen ich sah diesen vater neben mir fast klar beobachtend an und fühlte was ist denn der mächtige da heut im grauen nicht mehr neun röckchen denn anderes als einer unter vielen wem kann er heute was kommandieren wer würde ihm gehorchen keiner schert sich um ihn keiner grüßt ihn kein soldat salutiert ja sie schauen ihn ruhig frech an und scheuen sich gar nicht ihn zu puffen mein vater schien ähnliche gedanken zu hegen wenn ihn jemand berührte oder gar auf den fuß trat knirschte er mit den zähnen und stampfte auf das gesicht war verzerrt und verfallen in seinen vor der übermäßigen sonne zusammengekniffenen augen blitzte hass sein heute unvorteilhaft zur schau getragener körper kämpfte um die möglichkeit plötzlich luftleeren raum um sich zu haben aus dem bann der menge zu fallen eng und goldverschnürt mitten in einer tausendfältigen stille dazustehen oh wie sollten kurz und scharf aus seiner kehle die kommandoworte fahren an und feuer wir aber wurden im unbesiegbaren strom von leibern gelächtern gekreischen vorwärts gestoßen und je mehr ich fühlte dass mein vater darunter litt um so mehr genoss ich die süße rache ihn zu dieser ohnmacht verurteilt zu sehen seltsam ich erlebte den ersten sieg gegen diesen vater in der stunde da er mir die erste güte entgegenbrachte indessen waren wir der schmalen gasse zwischen schreienden buden dem schweißgeruch der in einer flußenge zusammengezwängten menge der unzahl von kindertrompeten und bunten luftballons entkommen und standen im strudel eines großen platzes viele gewaltige orchestrions und elektrische orgeln donnerten dreizehn jahre alt es war das mächtigste erlebnis das ich bisher empfangen hatte und dieses erlebnis wurde vielleicht nur von einem noch übertroffen als ich von bord des großen kurfürsten die vielen begrüßungsorchester durcheinander toben hörte die uns mit einer nie geschriebenen dämonsmusik im lande der hoffnungen empfingen wo ich jetzt diese geschichte aus meinem leben aufzeichne die elektrischen orgeln brüllten die langgezogenen schrecknisse ihrer opernmelodien zu einem fabelhaften chaos verschlingend ich stand erschöpft in diesem platzregen von harmonischen felsen mein körper war eingeschlafen ich konnte mich kaum rühren ende von abschnitt eins abschnitt zwei von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff der vater zog mich in ein ringelspiel ich mußte mich auf ein pferd mit übertrieben geschnitztem hals setzen und die zügel in die hand nehmen o welch ein eigentümlicher geruch von holz leder und warmen roßhaaren die farben und gestalten fülle war zu groß als dass ich hätte noch unterscheiden können hohl setzte die orgel ein müllerin du kleine das spiel begann sich langsam zu drehen ein mann in kurzen hosen und schwarzem trikot avancierte und retirierte schneidig auf der rotierenden scheibe oben wehten rote vorhänge über kinder juchzern die bewegung wurde schneller immer schneller die drehscheibe auf der die pferde wagen drachen königstiger löwen traumtiere liefen schien einen trichter bilden zu wollen ich lehnte mich mit glühenden wangen zurück um mich dem rausch der schnelligkeit hinzugeben da aber sah ich meinen vater groß wie über alle anderen gewachsen dastehen scharfen blicks vorgestellt den rechten fuß und den stock wie eine longierpeitsche in der hand er rief mir im ton des reitlehrers zu gerade sitzen oberkörper zurück doch schon war ich vorbei und nahte voll angst in der neuen tour unbeweglich stand er da ich hörte seine stimme sattel auswetzen vorüber während der nächsten tour hatte ich schon den bitteren geschmack im munde des vaters stellung war um keinen zoll verändert und wieder die stimme schenkel an den sattel fuß spitzen auswärts als ich von meinem holzpferd stieg war ich traurig und zerschlagen wie nach einer prüfung mein vater hatte sich für den kurzen augenblick meines sieges von vorhin bitter gerecht doch gab er sich damit zufrieden tadelte mich nicht weiter und löste karten für die grottenbahn deren geheimnisse ein zwerg im kostüm der hofnarren und eine riesendame mit der pauke ausriefen diesmal nahm der vater teil doch zeigte sein gesicht keine regung die orgel die hier spielte war mächtiger als die der anderen unternehmungen es ging von ihren tonungeheuern ein luftzug aus der mir wie zauberei erschien wir fuhren knarrend in den schwarzen schacht ein da es ganz finster war hatte gott den vater von mir genommen ich sah ihn nicht die beklommenheit fiel und ich überließ mich dem traum aber es waren viele träume hexenritten während der winterwind die tannen entwurzelte dürr nackt und mit flatternden strähnen auf wippenden ästen schweigend grün unendlich tat sich der meerboden auf algen sanken wie schleier nieder langsam schwebten riesenquallen namenlose fische zogen in scharen durch eine warme strömung ein tier das bläuliche strahlen warf und wie eine lampenkugel mit schwanz und flossen aussah stieg majestätisch empor auf dem grunde der ein gebirge gebaut aus muscheln korallen riesenkrebsen rostigen ankern und verstreuten edelsteinen war faulte die von fischen angefressene leiche eines steuermanns und ganz in der ferne wo der schein der tiefe glasig wie unnatürlicher schlaf erschien schwankte das wrack einer fregatte mit hohem kiel gekippte mast und quadratischen kabinenluken im langsamen rhythmus des unsichtbaren wogengangs vom bug spriet schimmerte eine winzige laterne seit jahrhunderten unerloschen mitten im leib des wassers doch nicht genug damit auch die wolfsschlucht erlebte ich der wind dürtzt die brücke ein die über den wasserfall führt eulen schweben das wildschwein ist zu hören zwei töne grunzt es ununterbrochen wie ein fagott kaspar gießt im flammgeprassel die freikugeln samiel fährt im roten feuermantel aus einer höhle ich kannte diese geschichte sehr gut ein kamerad der einzige mit dem ich mich verstand hatte sie mir oft erzählt samiel hilf schallte es durch den wind wir rasselten weiter ins dunkel ich vernahm die stimme des vaters was war das fragte er nicht wie einer der prüft sondern wie einer der selbst nichts weiß da wir uns ja nicht sahen durfte er sich etwas vergeben das war freischütz gab ich zur antwort was ist das freischütz hörte ich seine stimme diesmal aber ohne nachdruck freischütz ist eine oper dozierte ich wort für wort setzend wie ein lehrer eine oper so der vater meinte das verdrießlich und gleichgültig aber es war nicht zu vertuschen es gab eine welt wohin er mir nicht folgen konnte ich hatte ihn überwunden stolz straffte mich jetzt hätte ich reiten können das größte aber was es gab war das erdbeben von lissabon trotzdem einer der mitschüler mir vorgeschwärmt hatte in der grottenbahn wäre der ganze weltuntergang zu sehen war ich nicht enttäuscht wie die häuser der stadt da standen grell und weiß in dem blauesten aller tage wie das meer voll roter und gelber segel den horizont hinanstieg wie jetzt nach und nach das wilde gezwitscher der vögel verstummt und die sonne steht hoch am himmel es langsam immer dunkler und toter wird wie man fühlt dass die menschen vor der grauenhaften erscheinung dieser dunkelheit mitten am tag sich in die häuser flüchten und in den kellern verstecken da ist es auf einmal ganz finster und plötzlicher sturm wirbelt eine ungeheure staubhose in die schwärze der das tosen von millionen donnern kanonenschlägen hagelwettern und explosionen folgt unsichtbar das meer mit einer riesen sturzflut überschwemmt die nacht und tritt sogleich zurück und diese finsternis dauert sie tagelang jahrelang oder nur die halbe minute die sie wirklich dauert jetzt hält sie sich ein wenig auf feuerschein immer mehr und der riesenbrand der stadt leckt mit millionen flammen und schatten den himmel aus während heiser und schwach denn wie ferne in zeit und raum geht dies alles vor sich zischen sud und geprassel das züngeln begleitet gleich als wir ins freie traten wurde es mir in der seele warm und gut dass ich gewußt hatte dass es freischütz und überhaupt ein ding gab das ich opa nannte und dass ich meinen vater hatte belehren können richtete mich auf einst würde ich rapport halten und sein mund der nur den harten akzent des dienstes kennt wird stocken müssen nun wollen wir uns restaurieren sagte der vater wir kehrten in einen kaffeegarten ein ach wie gütig war doch heute der gestrenge er fragte mich sogar was wünschest du zu nehmen karl ich brachte kein wort heraus er aber kaufte dem kuchen piccolo drei leckereien ab legte zwei davon zu der tasse schokolade die er mir bestellt hatte und behielt selbst nur eine mein herz schämte sich das war der papa der vor mir saß der große bewunderte alleswissende alleskönnende wen hatte ich denn sonst noch auf der welt als ihn ich liebte ihn ja ich sehnte mich in bitteren nächten nach seiner liebe und der schmerz aller erniedrigungen war nichts gegen die qual jenes oft geträumten traums da ich ihn in pulverdampf gehüllt seinem bataillon voraussprengend in die luft greifen und fallen sah wohin sollte meine kleine seele mit den hin und hergerissenen gefühlen der vater winkte einen kellner heran wo ist hier die schießstätte der mann gab auskunft das väterliche auge sah mich scharf an wir werden jetzt etwas nützliches tun ich will sehen ob du zum plänkler taugst ich war aus dem himmel meiner zärtlichkeit geworfen und sogleich kehrte der bittere geschmack zurück auf dem wege zur schießstätte aber erlebte ich das furchtbare daß meine ohnehin schon zerstörte kindheit noch mehr zerstören sollte vor einer großen bude drängte sich eine menge von leuten eine gemütliche etwas fette stimme war zu hören fürchten sie sich nicht meine herrschaften nur immer heran was kann man besseres an seinen feinden tun als ihnen den hut vom kopf werfen man muss nur geschickt sein man muss nur gut zielen können immer nur heran meine herrschaften lernen sie ihren feinden den hut vom kopf werfen das ist gut für alle parteien gut für klerikale agrarier und sozialisten wir traten näher auf dem ladenbrett der bude waren große körbe mit roten blauen und weißen filzbällen zu sehen hinter dem brett stand der budenbesitzer ein mann von schlau gutmütigem aussehen der eine militärkappe und einen roten kaiserbart trug er zwinkerte vielsagend mit den augen wenn er die bälle ausgab und die münzen einstrich dann sagte er wohl nur gut zielen mein herr sie werden schon den richtigen treffen und die leute zielten und warfen daß die bälle sich nur so in der luft kreuzten das gelächter wollte gar nicht aufhören wohin aber zielten und warfen sie mein entsetzen war grenzenlos auf lebendige menschen lebendige menschen wurden von ihm gesteinigt nein das war ja nur eine täuschung gott sei dank es sind ja nur puppen nur figuren denn solche menschen hätte die erde niemals tragen können und welche bewegung auf und nieder auf und nieder mir schwindelte der tiefe hintergrund der bude war dreifach geteilt rechts und links sah man hintereinander erhöht je zwei bänke aus jeder dieser bank tauchten in hypnotischer regelmäßigkeit auf und nieder auf und nieder je drei gestalten zwölf durch alle höllen gehetzte grimassen stiegen in magnetischem rhythmus aus den bänken auf und versanken wieder stiegen auf versanken die verzerrten physiognomien die zynisch aus dem abgrund auffuhren um wieder dahin zurückzukehren waren so genial voneinander unterschieden daß ich keine von ihnen je vergessen könnte da war ein unerbittlicher chinesischer mandarin ein unsagbar jüdischer jude ein offizier mit pferdezähnen in der uniform einer fantastischen fremdenlegion ein scheußlich rotwangiger henker in frack ein jesuit wie ein schwarzer und böser strich ein knopfblanker bauer mit einer zerfressenen nase die ihm wie eine traube von roten bären aus dem gesichte hing ein neger ein gehängter ein mensch im zuchthauskittel eine besoffene teerjacke ein spitalsbruder ein brigand und ein lebendig begrabener um das ungerührt erscheinende und verschwindende grinsen dieser zwölf flogen die bälle trafen mit dumpfem halt brust aug und stirn hie und da gab es einen treffer dem mandarin fiel dann seine mütze dem offizier sein czako dem bauer sein dreispitz in den nacken manchmal und ich erinnere mich oft an diese puppen kommt mir der gedanke es sind zwölf höllensträflinge von gott verurteilt als holzfiguren ihr grauenhaft irdisches wahnbild weiter zu bewohnen und hier in den schulbänken des budenbesitzers zu einer ewigen turnstunde verdammt ihr leben nachzusitzen mögen sie erlöst werden ganz anders aber war die gesellschaft die sich im kreise auf der großen scheibe drehte welche die mitte des budenhintergrundes einnahm es waren wiederum zwölf aber zwölf die eine solche unnachahmlich schäbige würde auszeichnete daß sie kaum auseinander zu halten waren der beruf dieser zwölf holz menschen war klar was denn anders konnten sie sein als leichenbitter wucherer zeremonienmeister der begräbnisse dritter bis siebenter klasse tanzlehrer letzter sorte klavierspieler bei den unterhaltungen der armen alle waren sie in trauer gekleidet trugen lange schwarze ausgefranste bratenröcke hohe blinde zylinder von denen flöre niederhingen sie drehten sich langsam und gemessen im kreise so daß ich weniger ihre todernsten starren gesichter sehen konnte als den rücken der das traurigste von der welt war in ihrer schleichenden haltung schienen sie einem unsichtbaren sarge zu folgen oder verflucht zu sein dort fern im schatten eine türe zu sehen der sie ewig zustreben die sie doch nie erreichen durften immerdar an der möglichkeit des ersehnten abgangs vorbeigedreht die alten traurigen männer mehr als die teufelsbilder rechts und links waren zielscheiben der sausenden steinigung trat eine pause im bombardement ein so erschien hinter einem vorhang des hintergrundes ein junge und setzte den greisen die zylinder auf die ihnen die bälle vom kopf geschlagen hatten er war nicht älter als ich vielleicht feierte er heute auch sein geburtstag sein antlitz war ebenso mager und blass wie das meinige seine schwarzen augen leuchteten aus tiefen höhlen und doch wie gut hatte er es wie schlecht hatte ich es er trug an seinen gliedern keine vorschriftsmäßige uniform er ging wohl in die bürgerschule wo die buben zu spät kommen ausbleiben und allotria treiben dürfen soviel sie nur wollen sein vater lachte während der arbeit viel und aus herzensgrund war beredt behaglich und jetzt jetzt zündete er sich die pfeife mit dem türkenkopf an und begann wohlig keuchen zu paffen die bälle schwirrten die hasserfüllten fratzen tauchten auf und nieder die schäbig würdigen greise wandelten hoffnungslos an der türe ihrer erlösung vorbei auch der kleine junge hatte mich gleich entdeckt wir waren die einzigen kinder hier sofort spann sich eine starke beziehung von mir zu ihm von ihm zu mir er winkte mir einen ball zu werfen kniff bedeutsam die augen ein pfiff mir ein signal zu schnitt eine fratze und winkte mir immer wieder oft sah ich nichts als seine hand die wie ein gespenst mit daumen und fingern hinter dem vorhang hervorgestikulierte ich machte schüchtern meinerseits zeichen deren sinn ich selbst nicht verstand verloren starrte ich diesen hohläugigen knaben an der mir glücklich wie die freiheit selbst erschien ich fuhr zusammen denn die kommandierende stimme meines vaters schnarrte karl nun zeig ob du eine sichere hand hast und ob du einmal das recht haben wirst des kaisers rock zu tragen er gab mir einen ball in die hand was sollte ich damit anfangen auf und nieder tauchten die bösen die leichenbitter schlichen an dem jungen vorbei der immer wieder den kopf vorbeugte und mir mit fünf gespreizten fingern winkte und winkte alle puppen hatten ihre hüte auf denn kein mensch warf mehr einen ball so scharf war die stimme meines vaters gewesen die leute sahen ihn erstaunt und feindlich an alle blicke waren auf uns beide gerichtet zitternd hielt ich den ball in meiner hand alles schwieg und nur der budenbesitzer sagte nun junger mann mein vater richtete sich auf die bedrückung einer nur unter tausenden zu sein war von ihm gewichen er stemmte die hand in die hüfte wie es der tut der endlich das übergewicht über andere gewonnen hat wie der geblähte leutnant es macht der vor seine rekruten tritt das schweigen um uns tat ihm sichtlich wohl wird's bald wirf sagte er mit lauter kasernhof stimme mein ganzer körper brannte vor scham und angst ich hob den ball und warf ihn kraftlos ins ungewisse hinein er fiel schon in der mitte der bude zu boden nichts unterbrach das schweigen nichts als die kleine lache die der junge aus seinem versteck hervor anschlug tollpatsch der vater reichte mir streng einen zweiten ball wähle dir eine figur ziele gut und dann erst wirf alles tanzte vor meinen augen auf und nieder tauchten die höllensträflinge ich nahm alle kräfte zusammen meinen blick zu sammeln mir war als müßte mein kopf sogleich in flammen aufgehen in den gelenken der hand die den ball hielt spielte ein süßlich giftiges gefühl immer furchtbarer wurde der rhythmus des auf und nieder tauchens da eine gestalt löste sich aus den andern wurde deutlicher die grimasse fletschte mir eindringlich entgegen ein ewig verschlossener mund schien mir zurufen zu wollen ich ich es war der offizier in phantasieuniform ich sah ihn ich sah ihn die pferdezähne meines vaters waren entblößt seine schnurrbart spitzen starrten an seinen epauletten blitzten die messingknöpfe ich beugte mich weit über das brett und warf einen kurzen schrei ausstoßen den ball der aber ganz nah von mir in irgendeine sinnlose ecke fuhr jetzt lachte der knabe im hintergrund laut und höhnisch auf der vater trat dicht an mich und zischte mir ins ohr rindvieh du blamierst mich jetzt würf und triff sonst ich fühlte einen neuen ball in der hand dort auf und nieder raste der legionsoffizier von mal zu mal immer klarer offenbarte er sich wo stand mein vater nicht neben mir dort stand er dort er blies rauch durch die nase so wenig ermüdete ihn die furchtbare bewegung ohne falte blaute sein waffenrock korporal korporal rief er gott gott ich will es tun er selbst befiehlt es mir ja er selbst er selbst ich spannte alle muskeln an und indem ich wild aufschrie schleuderte ich den ball mit solcher kraft daß es mich umriß und ich zu boden stürzte sogleich erwachte ich aus meiner kurzen bewusstlosigkeit menschen standen um mich die auf mich einredeten abseits erblickte ich den vater ohne hut ein blutiges taschentuch an die nase pressend in einem entsetzlichen augenblick erkannte ich alles ich hatte nicht jenen offizier ich hatte meinen vater getroffen ich sah das blut das aus seiner nase stürzte ein ungeheures weh überspülte mich dieses weh wuchs und wuchs das herz vermochte es nicht mehr zu tragen mein letzter blick traf das merkwürdig starrende und neugierige gesicht des budenbesitzers jungen der sich über mich beugte dann versank ich in eine ohnmacht der träume und fieberschreie aus der ich erst drei monate später zum leben erwachen durfte diese drei monate aber waren eine einzige nacht in der im schein einer teuflischen lampe verdammte chinesen neger henker gehänkte bauern verbrecher riesenhaft aus gebirgen von schulbänken auf und nieder schwebten gebrechliche greise mit fackeln in der hand durch eine schwarze türe davon schlichen und durch eine helle wieder kamen und steif lang und streng der fremde offizier mein vater unbeweglich unter den bewegten erscheinungen stand ende von abschnitt zwei abschnitt drei von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff zweiter teil es waren dreizehn jahre vergangen ich hatte meine fähnrichszeit bei einem detachierten bataillon an der ostgrenze des reiches abgedient und war nun zum leutnant vorgerückt und in eine größere galizische garnison versetzt worden dass ich es nur gleich gestehe mein leben das durch keine gute stunde keine liebe erinnerung keine wärme von mir und zu mir kein besitz und keine hoffnung erleuchtet war ekelte mich so sehr an dass ich mich oft ganz ernsthaft fragte warum höre ich nicht einfach auf zu atmen ich hielt dann auch solange es nur ging den atem zurück als könnte ich so ein ende machen die zeit die hinter mir lag war schrecklich nächte des angestrengtesten studiums kalter gleichgültiger lehrfächer examen über examen zerrüttenden blick des vorgesetzten ewig in der seele das vaterhaus andern ein asyl mir war es nur die schärfere wiederholung des instituts und der kaserne gewesen niemals eine freie stunde und wenn ich mir endlich eine unter demütigungen meldungen bitten vorschriften die legion waren wenn ich mir endlich eine freie stunde erkämpft hatte so wußten meine zerstörten nerven mit ihr nichts anzufangen und ich litt unter der kleinen freiheit noch mehr als in der tretmühle nein ich war nicht zum soldaten geboren jedes kommandowort empfand ich wie einen messerstich jede ausstellung wie eine mißhandlung jedes militärische gespräch jede dienstliche handlung lähmte mich so war ich viel zu elend und unglücklich um auch nur erbarmen mit mir selbst haben zu können einsam wie keiner wenn ich nur einen meiner kameraden ansah ergriff mich langeweile und gleichgültigkeit wie eine pest und ich brachte kein wort heraus mich an eine frau oder an ein mädchen heranzutrauen dieser mut schien mir eine gnade zu sein die mir nicht gegeben war 15 jahre einschüchterung und angst hatten meine seele gebrochen die nicht so widerstandsfähig war wie die der andern wenn die polnischen gräfinnen sonntags zur kirche fuhren schwärmte ich sie von ferne an die düsterkeit meiner träume genießend in denen ich den herrn der welt spielte die jüngeren herrn unseres offizierkorps hatten längst schon die bekanntschaft einer oder der anderen schlossbewohnern gemacht es geschah sogar daß sie mitunter zum diner ja sogar zur jagd eingeladen würden mich kannte niemand niemand lud mich ein in aller frühe trat ich alltäglich den dienst an die starke sonne der steppe machte mich krank und schlaff wir exerzierten bildeten schwarmlinien hielten gefechtsübungen ab ich redete und tat nur das notwendigste und das unvollkommen lässig ich vermied jedes kommandieren jedes scheldwort jeden scharfen ton aber die mir zugeteilte menschenherde diese sklaven nahmen mir die feinfühligkeit übel und ich spürte daß sie sich über mich lustig machten ja der leutnant rutschitsch der oberleutnant tschibulka der hauptmann pfahlhammer diese kujone die die langgedienten anspuckten und die rekruten während des menagierens mit ohrfeigen traktierten die waren beliebt woher das kam fragte ich mich oft doch nur zu bald lernte ich begreifen was die körperliche schönheit und wohlbildung im leben bedeuten diese offiziere waren fesche herren sie trugen des abends oder sonntags wenn sie über den ringplatz flanierten ihre schlanken langen beine in ausgezeichnet gemachten scharf gebügelten schwarzen hosen ihre kleinen lackstiefel blitzten nicht minder als die meines vaters ihre waffenröcke waren sehr in die taille gearbeitet und persönlich geschnitten ihre gesichter waren blond jung brutal und von jener frischen dummheit die in der welt so angenehm berührt und ich ich war klein mager unansehnlich mein gesicht verlitten und früh gealtert ich mußte bei meiner kurzsichtigkeit eine brille tragen denn ich war ungeschickt und hätte ein anderes augenglas viel zu oft zerbrochen einmal befahl mich der oberst zu einem privaten rapport herr leutnant begann er scharf das geht nicht so weiter es ist vom oberstbrigadier nun zum zweiten mal ein dienstzettel gekommen in dem er ihre adjustierung beanstandet man muß sie ja nur ansehen und es wird einem übel rasieren sie sich besser und öfter jeder gefreite sieht adretter aus als sie wollen sie dem herren feldmarschall leutnant er meinte meinen vater schande machen lieber duschek fuhr der kommandant begütigend und außer dienstlich fort du mußt mehr auf dich halten geh zum schneider equipier dich herrgott wenn ich noch einmal so jung sein könnte solche reden machten trotz der gehässigen nervosität die ich immer angesichts eines vorgesetzten empfand wenig eindruck auf mich unter guten figuren eine gute figur zu sein das war mein ehrgeiz nicht was aber war mein ehrgeiz ich wohnte in der wirtschaft einer frau koppelmann über deren höhleneingang auf einer tafel das viel verheißende wort restauracja geschrieben stand ich vermied es am abend den gelagen in der offiziersmesse beizuwohnen nach dem dienst um fünf uhr setzte ich mich in die herrenstube der frau koppelmann selbst hier unter hustenden und spuckenden polnischen fuhrleuten unter den die heiligen beschwörenden ruthenischen bauern unter schreienden und haare raufenden juden fühlte ich mich glücklicher als unter den kameraden bei dem grünen pfefferminz schnapps der wirtin starrte ich der herr offizier um dessen tisch die bauern und juden mit ei und oi und tausend bücklingen dienerten ja ich starrte in erregter beobachtung auf diese freien vielbewegten gestalten und fühlte mit einem gewissen triumph in der seele hierher zu diesen da gehörst du um sieben uhr leerte sich die stube und ich blieb allein mit den surrenden völkern der galizischen fliegenplage das kleine schmutzige fenster bräunte sich in der abendröte draußen schnatterten die gänse und die schritte der barfüßigen bäuerinnen patschten in dem ewigen sumpf der straße nun kam meine stunde ich setzte mich an das zerbrochene klavier der frau koppelmann und siehe es waren dennoch töne dennoch akkorde verzickungen der schwingenden luft die meine hand griff wenn nichts meine renitente gleichgültigkeit lösen konnte jetzt stürzten nie gefundene tränen aus meinen augen boten und herrollte eine heimat die ich nicht kannte meine seele dehnte sich als empfänge sie liebe und mütterlichkeit der zustand steigerte sich fast zur epilepsie denn die verhemmte leidenschaft pochte an alle tore meiner verschlossenheit damals wusste ich noch nicht dass mein natürlicher beruf die musik sei wie hätte ich das auch wissen sollen ich der sprössling einer errarischen familie sohn eines generals enkel eines oberstleutnants urenkel eines stabs profosen ich dem die scheu vor anmut und geist schon seit dem sechsten lebensjahr eingeprügelt worden war mit meinem vater wechselte ich jedes halbe jahr einen brief meine mutter war schon lange gestorben ihr dumpfes und kleines licht vor der zeit war es zugrunde gegangen in ihren netzten jahren soll sie recht seltsam gewesen sein sie wurde von zwei krankhaften trieben beherrscht der eine war ein reinigkeitstrieb ohne gleichen sie schmierte und putzte die türklinken bis tief in die nacht sie wusch die fenster zwei und dreimal des tages sie lag immer auf dem boden und scheuerte die dielen die vom vorigen tage noch blank waren immer spähte sie nach flecken und schmutzspuren auf die sie sich stürzen konnte ihre zweite krankheit war eine art beichtfieber sie ging täglich in drei kirchen zur beichte und wird gewiß schreckliche sünden erfunden haben die arme um ja ihr leben nur mit etwas auszufüllen oft dachte ich an jene nacht wo meine mutter mit offenem haar die kerze in der hand wie aus schwerem schlaf erwacht weinend an mein bett getreten war und mich leidenschaftlich umarmt hatte damals und niemals mehr ist sie mir als frau erschienen heute verzeihe ich ihr der unerweckten alle härte sie hat gelitten ohne zu wissen daß sie leidet die briefe die ich an meinen vater richtete begann mit der anrede lieber vater enthielten einen trockenen abriss über dienstverhältnisse veränderungen avancements taktische aufgaben die mir gestellt worden waren und schlossen mit der floskel verehrungsvoll grüß dich dein dankbarer sohn karl diese briefe zu schreiben war eine qual die mir regelmäßig kopfschmerzen machte hingegen mochte es geschehen daß wenn ein brief meines vaters fällig war ich in unruhe und erwartungsvoller aufregung geraten konnte kam dann dieser brief so wirkte er wie ein kalter guss auch er brachte nur trockene daten aber aus seinem ton spürte ich eine ärgerliche missachtung alles was der vater schrieb jede harmlose aussage klang wie ein befehl die briefe waren in die schreibmaschine diktiert und trugen nur die eigenhändige unterschrift dein vater karl duschek edler von sporentritt feldmarschall leutnant der frühere frontoffizier hatte eine glänzende karriere gemacht die stufenleiter des generalstabs spielend war sie von ihm erstiegen worden als befehlshaber einer der glänzendsten divisionen zum frontdienst zurückgekehrt war er neuerdings zum korrkommandanten der residenz ernannt worden er gehörte zu den einflussreichsten militärs des reiches hatte den starräugigen jäger bösen thronfolger zum freund ohne deshalb am greisenhaft eigensinnigen hofe missbeliebt zu sein und es war ein offenes geheimnis daß im kriegsfalle ihm die führung einer armee zuteil werden würde von allen seiten hörte ich daß die stellung meines vaters die beste prognose meiner eigenen laufbahn sei und daß ich ein schlehmiel und schwachkopf sein müßte wenn ich nicht vorwärts käme schon sieben jahre hatte ich den general nicht von angesicht zu angesicht gesehen doch dafür verging keine nacht in der ich ihn nicht allerdings war er da fast immer nur hauptmann in meinen qualvollen träumen sah ein traum kehrte oft wieder es ist krieg ich liege schwer verwundet mit aufgerissener bluse auf der erde mein blut dringt langsam durch den dicken stoff die generalität ist um mich versammelt grüne federbüschel wehen da tritt ein knieweicher greis in purpurroten hosen und schneeweißem galarock eine goldstrotzende feldbinde um die hüfte auf mich zu und heftet mir ein großes weißes kreuz maria theresienorden an die brust auch mein vater kommt auf mich zu er trägt die uniform eines feldwebels und raucht eine pfeife kaum sieht er mich so wird er blass schwankend durchsichtig und fällt auf den rücken er liegt nun da und ich erhebe mich furchtbare wonne durchströmt mich versöhnung versöhnung von diesem begriff bin ich ganz durchtönt ganz allein sind wir nun klein und gelb in einer mulde liegt er hingestreckt von schluchzen durchschüttelt reiche ich ihm die hand donnerschlag weltuntergang wir beide schweben im formlosen grauen raum stimmen zirpen von allen seiten vater sohn und geist geist sohn und vater dies ist noch der gelindeste meiner träume denn noch ist mir der tag der ihm folgt ein rasselndes gespenst der vater der inzwischen eine zweite frau eine sehr begüterte dame der hohen aristokratie geheiratet hatte schickte mir keine zulage zu meiner leutnants gage so lebte ich schlechter als die anderen herren unseres regiments dessen offizierkorps nicht zu den armseligen kommissschluckern der übrigen infanterie gehörte und an geltung den artilleristen gleichkam nur zu meinem geburtstag erhielt ich ein väterliches geschenk eine hunderternote auf den tag ohne glückwunsch und brief mit postanweisungen zugestellt dagegen schrieb ich zum geburtstag des vaters einen brief der mit jener phrase anfing die mich die mutter gelehrt hatte wenn ich auf einen großen glänzenden bogen dessen kopf einen gemalten alten blumenstrauß zeigte mein glückwunsch schreiben mußte lieber vater zu deinem wiegen feste so begann die lange stereotype forme da geschah es dass ich in eine höchst peinliche geschichte hineingezogen wurde ich hatte schwach und leicht zu überreden wie ich bin für die ehren schuld eines mir im übrigen recht widerlichen kameraden gebürgt der mann ein intrigant und feigling hatte sich vor der zeit aus dem staube gemacht und in kurzer frist zu verschiedenen truppenkörpern versetzen lassen der zahltag kam ich stand mittellos und ohne freund der mir hätte beistehen können da die verwicklungen mehrten sich es stellte sich heraus daß bei einem reichen polnischen zivilisten bank gehalten wurde an welche die kavalleristen der garnison fabelhafte summen verspielt hatten und die jungen herren unseres regiments nach ihrem vermögen bestrebt gewesen waren ihnen nachzueifern falschspielerei dokumentenfälschung gebrochene ehrenwörter kamen nach und nach ans tageslicht zu alledem war die vierzehnjährige tochter eines gutsbesitzers geschwängert worden und ohne zu gestehen wär der verführer gewesen im kindbett gestorben der hauptverdacht in diesem rattenschwanz von schmutzereien fiel auf mich auf mich der ich weder je eine karte noch ein weib berührt hatte denn ich bin zum sündenbock wie geschaffen systematisch zerstörten selbstbewusstseins war ich gesonnen wenn in der gegend irgendein mord begangen worden war mich selbst für den mörder zu halten ich identifizierte mich mit jedem angeklagten dessen verhandlung ich im gerichtssaal bericht las auf meiner seele lastete die überzeugung meiner mitschuld an jedem verbrechen bei allen verhören und mochte es sich auch nur um einen entwendeten federstiel in der kadettenschule handeln war ich verstockt und eine unüberwindliche selbstzerstörungslust in mir zog wie ein blitzableiter den verdacht an so war es auch in den verhören die der oberst und seine kommission mit mir pflogen ich war verstockt und bösartig besonders dann wenn die vorgesetzten mir gütig zuredeten obgleich in solchen augenblicken mein gemüt in heiße tränen sich auflöste gänzlich unschuldig ja gar nicht fähig den fall zu übersehen und zu verstehen erfand ich in krankhaftem zwang lügen fantasierte von beziehungen die ich niemals gehabt hatte und spann so mit eigenen händen ein irrsinniges netz in dem ich endlich ganz bedenklich zappelte man schüttelte bedeutsam die köpfe man nahm die gelegenheit der rache an einem hässlichen sonderling war diejenigen die am meisten butter am kopf hatten begannen mich zu schneiden ja im grunde waren alle zufrieden den sohn eines in fachkreisen und in der gesellschaft berühmten generals als hauptperson in einer üblen angelegenheit agieren zu sehen denn das bedeutete einen doppelten vorteil erstens war die ehre des regiments weniger in gefahr und zweitens gönnt man einem erfolgreichen stets beschämung es kam immer ärger protokolle häuften sich der urheber des schmutzes jener leutnant der sich hatte versetzen lassen war verschwunden und trotz aller dienstlichen anfragen unauffindbar ich selbst in meinen eigenen tollen widersprüchen gefangen war nicht mehr in der lage die einzige vernünftige wahrheit zu sagen ich weiß von nichts meine situation wurde immer schiefer man schnitt grimassen zuckte die achseln und schon wurde die ansicht laut dass ein ehrenrätliches verfahren nicht genüge einen kriminellen fall auszutragen da brachte eines tages der postunteroffizier drei briefe einer davon wanderte in die kanzlei des kommandanten das große weiße dienstkuvert trug die absenderadresse militärkanzlei seiner majestät die beiden anderen briefe waren an mich gerichtet der eine kam von meinem vater der andere von seinem adjutanten der brief des vaters enthielt keine anrede und lautete so ich werde es nicht dulden dass ein name der generationen hindurch der k&k armee zur ehre gereicht hat durch dich in verruf gebracht wird die militärkanzlei seiner majestät hat die akten und protokolle über das unverantwortliche treiben dessen hauptschuldiger du bist eingefordert und wird selbst die entscheidung treffen du hast sofort abzugehen hier orts einzurücken und innerhalb von 48 stunden dich bei mir zu melden du schick von sporentritt feldmarschall leutnant der brief des adjutanten enthielt diesen persönlichen befehl in dienstlicher fassung jetzt erst nachdem mein vater mir unrecht getan hatte empfand ich die ganze lächerliche tragik der ich unschuldig verfallen war ich ging nach hause und in dem loch der frau koppelmann das ich bewohnte befiel mich ein stundenlanges zittern so dass ich das teegeschirr meinen wasserkrug und den handspiegel zerbrach aus dem mich mein leichenhaft spitzes gesicht mit den übertriebenen backenknochen angeblickt hatte ich lag die ganze nacht auf dem unsagbar dreckigen fußboden ausgestreckt ungeziefer kroch langsam über meine stirne eine große ratte schwer wie eine trächtige katze lief über meinen bauch ekel ließ mich den tod ersehen aber ich stand nicht auf so war es recht in den abgrund gehörte ich in die schlangenhöhlen in die nester der ratten in die sumpfigen stinkigen schlupfwinkel der verfluchten geschöpfe gegen morgen sah ich meinen vater im traum er trug jenen windigen zivilanzug in dem er wie ein postassistent aussah und hatte starkes nasenbluten das er durch ein vorgehaltenes taschentuch zu stillen suchte du meinst immer sagte er mit einer recht umgänglichen stimme die nicht die seine war du meinst daß ich an nichts anderes denke als dich zu züchtigen weit gefehlt ich habe mehr gnade als züchtigung an dir geübt schau nur er hielt mir ein paar handfesseln entgegen pfiff sich eins wie ein arzt der zu spät zu einem kranken geholt wird und sieht daß nicht mehr zu helfen ist dann rief er noch während sein bild schon zu schwanken begann habt acht korporal was ich lieb das neckt sich er verschwand und ich begann im gänsemarsch hinter trauertragenden zivilisten einherzugehen deren gerötete stiernacken von ausschlag und furunkeln entstellt waren plötzlich bemerkte ich daß ich mich nicht selbst bewege sondern gedreht werde immer schneller und da erwachte ich mittags meldete ich dem oberst mein abgehen vom regiment er schüttelte mir um ein grad zu kameradschaftlich die hand wünschte mir glück und versicherte er sei überzeugt daß die unangenehme affäre sich zu allgemeiner zufriedenheit aufklären werde zumal die allerhöchste stelle ein unbezweifelbares interesse an den tag lege er selbst zweifle keinen augenblick daran daß der sohn seiner exzellenz des herren feldmarschalleutnants duschek von sporentritt nicht anders als rechtlich handeln könne als ich dem oberleutnant tschibulka die hand zum abschied reichen wollte und in seinem gesicht eine hochmütige verlegenheit bemerkte unterließ ich es meinen anderen kameraden adieu zu sagen was gingen mich diese näselnden dummköpfe an am abend war mir schon viel leichter zumute ich fühlte sogar ein prickeln wenn ich an die residenz dachte die ich nur als kind besucht hatte erst als ich ihm zuge saß ergriff mich unruhe denn ich sah ja nach langem das erste mal und unter wie peinlichen umständen dem wiedersehen mit meinem vater entgegen abschnitt vier von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff am frühen morgen kam ich in der residenz an wie groß war selbst zu dieser stunde das leben hier der asphaltboden zitterte in feinem ausschlag wie das deck eines dampfers wenn die maschinen ihre arbeit aufnehmen lastwagen straßenbahnen automobile menschen mit scharfen unbeugsamen gesichtern die nicht gesonnen waren sich beschimpfen zu lassen sie alle arbeiter marktweiber kommis ladenmädeln kaufleute studenten sie gingen ohne rechts und links zu schauen zielbewußt ihres weges soldaten sah ich fast keine und das machte mir die meiste freude all diese fünf jahre war ich an keinem ort gewesen wo ich nicht ununterbrochen hätte spähen müssen ob mir nichts salutiert würde oder ob ich nichts salutieren müsse hier war ich nichts drum war ich wer und hier war ein anderer auch nichts drum war ich doppelt wer mit trotz und trumpf fühlte ich das und mußte plötzlich stehen bleiben denn vor langen langen jahren ich wußte nicht wann und nicht wie hatte ich diese empfindung schon erlebt ich bezog in einem sehr wenig standesgemäßen gasthof eines äußeren bezirksquartier der portier sah mich zuerst sehr erstaunt an und war nachher überaus katzenfreundlich ich wusch rasierte und kleidete mich streng nach der dienstvorschrift denn ich kannte meinen vater er stellte jeden jungen offizier dessen kappe nicht die vorgeschriebene höhe hatte und dessen adjustierung nicht genau den satzungen des dienstbuchs x entsprach dann begab ich mich ärgerlich daß ich das feige zaghafte gefühl in mir nicht zu überwinden vermochte zum chorkommando in einem vorzimmer fragte ich nach dem general seine exzellenz sind noch nicht hier hieß es ich wartete eine stunde offiziere schlugen krachend die türen zu schimpften mit den ordonanzen ihr reden war immer laut und überdeutlich als stünden sie vor einer front feldwebel eilten beflissen mit akten und dienststücken hin und her sie blieben wenn sie etwas meldeten in großem abstand vor dem offizier stehen auf ihrem gesicht zeigte sich todesfurcht eifer und zerknirschung ich wartete noch eine stunde meine aufregung war kaum mehr zu bemeistern dann wandte ich mich an den diensthabenden rittmeister und nannte meinen namen das freut mich wirklich er war zuvorkommend höflich und rückte mir sogar einen stuhl zurecht bitte nimm nur platz exzellenz muß gleich kommen er ist bloß ins ministerium gefahren wie gesagt er wird gleich hier sein aber jetzt du siehst wie ich zerrissen werde mußt du mich entschuldigen er eilte einem höheren offizier entgegen mit dem er in einer türe verschwand ich zog es vor auf dem gang zu bleiben der wilder als eine straße von hundert schritten halte plötzlich verstummte alles das ganze getriebe blieb wie angewurzelt stehen hände fuhren an die hosennaht hacken klappten aneinander köpfe erstarrten in scharfer wendung es klirrte die stiege hinauf das schweigen durchbrach ein mit erhobenen stimmen geführtes gespräch von zwei stabsoffizieren flankiert die angestrengt und ergeben ihr ohr neigten schritt ein general mit fabelhaft spiegelnden lackreitstiefeln breiten rotstreifigen breeches und hellblau goldknöpfigem waffenrock über den gang er nahm von keinem der regungslos versteinerten notiz schritt auch an mir vorbei ohne den allzunichtiges nicht beachtenden blick von meiner gestalt abzuwenden ich stand ebenso wie die anderen herausgedrückter brust und zurückgeworfener schultern da der general hatte die graue kappe des hohen militärs abgenommen sein haar war weiß sein kurzgestutzter schnurrbart schwarz gefärbt ich erwischte ein stück des gesprächs das fällt nicht in mein ressort der akt muß an die stadthalterei weitergeleitet werden die stimme kannte ich nur zu gut aber dieses gesicht es war seinen weg gegangen ich lehnte mich meine stirne war kalt und feucht müde an die wand wie ist das möglich dieser fremde dort hatte durch einen warmen tropfen seines leibes mich erzeugt ich also war ein tropfen ein teil seiner natur ich war er selbst ich dieser fremde general der an mir vorbeigeht an mir den er als einen tropfen einst verspritzt hatte o schauerliches geheimnis der rittmeister kam und führte mich in das wartezimmer des kommandanten exzellenz sind noch beschäftigt einige herren sind bei ihm du mußt noch warten bis das referat vorbei ist ich ließ mich auf einen sessel der gepolsterten türe gegenüber nieder noch einige menschen warteten ein eisgrauer major ein staatsbeamter und eine ältere dame unvermittelt fiel mir eine szene ein deren zeuge ich auf einem bahnhof während meiner reise gewesen war ein junger mann der mit gerötetem gesicht ungeduldig seine beiden koffer in der hand am fenster des waggongangs gestanden war bekam in dem augenblick da der zug hielt tränen in die augen sprang wie rasend das trittbrett hinab und fiel einem alten herrn in die arme der in nicht geringerer bewegung ihn immer wieder ansah und immer wieder streichelte ansah und streichelte das spielte sich zu windiger nachtzeit ab im wirren schein der lichter einer kleinen station ich allein war verstoßen gut ich wollte von niemandem etwas ich brauchte niemanden aber auch hier sitzen und warten wollte ich nicht ewig ängstlich ewig sklave einer bindenden und lösenden macht ewig vor der türe jener bataillonskanzlei wo ich meine schulaufgaben vorweisen mußte die polstertüre öffnete sich der general begleitete einen sehr vornehmen zivilisten zum ausgang der uralte major stand zitternd stramm ohne die anwesenden und mich auch nur eines blickes zu würdigen kehrte mein vater wieder in sein arbeitszimmer zurück ich wartete und wartete erbitterung die sehnsucht nach so langer zeit wieder gut zu wirken unsicherheit eines angeklagten kurz hundert widersprechende gefühle peinigten mich und machten mich krank endlich waren alle anderen abgefertigt der rittmeister winkte mir bitte ich trat in den großen plüschig aufgedonnerten arbeitsraum mein vater saß am schreibtisch und schrieb bebend verharrte ich sehr fernab in habt achtstellung der vater beachtete mich nicht und schrieb ich räusperte mich nicht mein vater reichte dem adjutanten ein unterfertigtes dienststück der rittmeister entfernte sich der general sah eine halbe minute zum fenster hinaus dann erhob er sich und trat mir schon ein wenig steifbeinig entgegen im abstand der vorgeschriebenen ehrfurcht blieb er stehen sein gesicht war nicht mehr blass grün nicht gelb von dem verbissenen ehrgeiz des vierzigjährigen wie früher sondern zeigte schon die lila roten wangen eines herrn der in den gesellschaften zu hause ist wo nur die besten weine serviert werden starr und ohne interesse sah er mich an ich fuhr in der üblichen vorschriftsmäßigen weise zusammen und schrie exzellenz ich melde mich gehorsams zur stelle danke bitte komo zu stehen dann erreichte er mir drei fingerspitzen seiner hand und meinte da bist du also er trat zum schreibtisch und wühlte ein staatstelegramm hervor in deiner angelegenheit hat sich zu deinem glück herausgestellt dass du der schuldige nicht bist jetzt eben ist das telegramm des kommandanten eingetroffen wie dem auch sei ein offizier von ehre vermeidet es seinen namen in eine sache zu mischen die unreinig ist da gibt es fast nicht mehr schuld und unschuld ich habe alles getan meinen namen in dieser geschichte vor einer ehrenrätlichen untersuchung zu schützen ich habe für die spielschuld eines kameraden gebürgt dummheit deine alten laster habe ich nur zu gut erkannt renitenz indolenz und schlaffheit ich habe geglaubt ein soldat hat nicht zu glauben ich wollte etwas erwidern der general verwarf es mit einer handbewegung wut und ohnmacht würgten mich er trat dicht an mich heran und mustete mich erregt du siehst nicht vorteilhaft aus sagte er man könnte dich für einen richtigen doktor für einen reserveoffizier oder sanitäter halten für so einen der über thermometer oder brunzflaschen gebietet sieh dir die jungen leute hier an wie sie schneidig sind und lerne etwas von ihnen ich habe nicht die mittel mich gut auszurüsten ich habe die mittel auch nicht gehabt und wie habe ich ausgesehen der vater warf seine zigarette weg und blies den rauch durch die nase vergiss nicht dass du nicht für dich allein stehst sondern auch für meinen namen den du trägst verantwortlich bist ich habe meine pflichten dir gegenüber erfüllt jetzt kommt die reihe an dich mir gegenüber deine pflicht zu erfüllen deine pflicht hast du nicht erfüllt oh ich wollte es ihm ins gesicht schreien feig aber blieb mir das wort im halse stecken der general ging auf und ab ich tue das menschenmöglichste für dich deine conduit ist schlecht sie gibt dir keine aussichten im frontdienst etwas zu erreichen deine vorgesetzten aber halten dich für intelligent ich richte mich danach und habe dich für die kriegsschule anmelden lassen du kannst morgen schon im kurs erscheinen glücklich schätzen sollst du dich erschöpft und gerührt von einem solchen aufwand an fürsorge ließ er sich nieder er fragte wo wohnst du doch ehe ich noch antwort geben konnte schnitt er ab das ist ja gleichgültig meine nerven ließen nach wie die seiten einer geige du siehst ein general auf meinem posten ist äußerst in anspruch genommen ich hoffe dich aber am arm bei mir zu begrüßen du kannst mit uns soupieren bei dieser gelegenheit hier wurde er unsicher welchen ausdruck er wählen solle wirst du deine meine gattin kennenlernen wir haben uns lange nicht gesehen warum bist du eigentlich nie auf urlaub gekommen nun ist schon gut also servus dieweil bis zum abend danke er hob das telefon ab sah zur seite und ich war entlassen ich ging schritt für schritt bewusstlos quer über die straße plötzlich erfasste mich ein irrsinnsanfall ich würge ihn ich würge ihn ich würge ihn ich würge ihn ich drosselte mit meinen händen wollüstig einen kalten hals es war eine laterne ein giga lachte ein arbeiter sah mir kopfschüttelnd nach der herr leutnant mochte er denken freimachen freimachen flüsterte ich immer wieder vor mich hin was hatte ich mit diesem fremden greis zu schaffen der seine pflicht erfüllt hat was habe ich mit dem militär zu schaffen ich habe nichts gelernt oh dennoch lieber verhungern herunter mit diesen grünen fetzen herunter mit diesen bunten aufschlägen und silbernen sternen tschindara eine regimentsmusik zog vorbei an der spitze tänzelte das pferd eines dicken hauptmanns stramm salutierte ich ich ging weiter sehnsucht erfasste mich nach dem vater meiner kindheit nach dem plagegeist meiner knabenjahre ich sah das gelbe schneidige gesicht mit dem aufgezwirbelten schnurrbart aber er war doch nahe gewesen so nahe und ich hatte es gefürchtet aber so wie man gott fürchtet werde ich je loskommen ist das wahnsinn ich beschloss am abend zu hause zu bleiben es ist ja gleichgültig wo ich wohne ich gedachte meiner mutter sie hatte mir manchmal die haare gewaschen am abend pünktlich erschien ich dennoch in der wohnung des generals es war das haus eines reichen mannes fast ein palais vornehme kandelaber brannten auf der läuferbelegten treppe eine ordonnanz die großen bauernhände in zwirnhandschuhen geleitete mich in ein zimmer wo ich eine halbe stunde warten mußte der general erschien in einer rotseidenen pelzverbrämten und reichverschnürten hauslitevka seine wohlangepressten weißen haare dufteten auf seinen fingern waren ringe lebendig doch sein blick und sein gehaben schien nicht weichlicher geworden zu sein nur zurechtgeglättet und gehauter einen augenblick wich meine abscheu der wehmut noch immer war die böse kindheit ein großes tor durch das ich allabendlich heimkehrte bitte wir gehen zu meiner frau sagte der vater der in strenger erfüllung seiner karriere jetzt auch schon den leicht ungarischen akzent angenommen hatte wie er zugleich das aristokratische reiterblut und den überlegenen strategischen kopf kennzeichnet in einem der zimmer kniete eine lange eckige person vor dem marienbild sie erhob sich rasch und zeigte platte formen und in aufgebauter frisur hochblond gefärbtes haar dies hier ist karlfürstin stellte mich der general meiner neuen mutter vor ein süßliches lächeln goldzähne bleckten mich an und ein hals zeigte trotz perlenschnur und diamantkreuz seine gelben falten mit pomp trat die frau auf mich zu und erwiderte meinen sehr gemessenen handkuss mit einem verwandtschaftlichen kreuz das sie mir flüchtig über die stirne schlug gott segne sie karl johann begann sie indem sie versuchte die begrüßung zu einer szene aufzubauschen es war nicht recht von ihnen daß sie uns erst jetzt die gelegenheit geben einander kennenzulernen sie wartete auf ein wort von mir ich schwieg kalt und verstockt die kränfüße in den augenwinkeln der generalin verschärften sich ihre falten wurden noch falscher als vorhin sie schlug einen neuen kurs ein ihr habt mich überrascht sagte sie voll geheimnis ich habe mir nämlich eben von der mutter gottes was schönes ausgebeten was denn natalie fragte der general der seiner frau gegenüber einen kleinlauten eindruck machte aber du weißt doch charlie der gestrige kurssturz sie wandte sich zu mir es handelt sich um die aktien der zeitung die christliche welt das unternehmen ist in gefahr und es wäre für unsere kreise geradezu ein unglück wenn diese zeitung einginge ich verneigte mich stumm der vater zeigte seine langen zähne immer jagte mir sein lachen angst ein die politik ist nichts für soldaten dagegen umso mehr für die frauen später einmal erzählte mir jemand daß die gewesene fürstin einen teil ihres vermögens in aktien der klerikalen papierfabrik angelegt hatte wir gingen zu tische es gab ein mageres essen das allerdings von einem backenbärtigen diener aufgetragen wurde das also war mein vaterhaus ich saß fremd und betreten da wie eine bezahlte kreatur ein sekretär oder sprachenlehrer bestenfalls wie ein dürftiger verwandter das war mein vaterhaus ich legte von den speisen kaum zwei bissen auf meinen teller und die frau meines vaters schien darüber nicht unerfreut zu sein später kam ein jüngerer sehr geleckter abb und rieb ewig rot gefrorene hände mein vater war sehr aufmerksam gegen ihn und holte eigenhändig eine besondere flasche hervor die generalin im ton einer konversierenden hoheit sprach von musik ich habe gehört daß sie so musikalisch sind karl jawohl meinte der vater recht jovial er hat mich einmal als kleiner bub über eine oper belehrt freischütz wußte ich sogleich und erkannte keine erniedrigung keine niederlage verschwindet aus einem herzen wir alle sind verlorene vorposten von allen seiten beschossen zittern wir hinter baufälligen deckungen auch er er hat meinen kleinen triumph nicht vergessen ich adoriere die musik gestand die generalin mozart heiden und vor allem list vor allem list das war ein mann mein gott und dabei so fromm meine mama war sehr intim mit ihm und der wittgenstein der geistliche schickte sich an schmalmäulig eine predigt über politik zu halten die zeiten wären schlecht klagte er ein böses ende drohe wenn nicht in letzter sekunde noch eine gepanzerte faust dazwischen führe das übel der welt aber sei die freimaurerei die in ihrer neuen form sozialismus heißt beide weltanschauungen seien aber nichts anderes als wohl ausgeklügelte tief durchdachte taktiken der juden die allesamt nur von zwei beweggründen beherrscht würden die weltmacht die sie im geheimen schon besäßen öffentlich an sich zu reißen und christus wieder zu kreuzigen mit dem letzteren aber ist es so bestellt die juden sind die ewigen feinde des heilands ihr volkstum ist mehr als eine physische und geistige gleichartigkeit es ist ein geheimbund der rache an dem erlöser den irdischen leib christi haben sie zur zeit des kaisers augustus getötet und in unseren tagen bieten sie ihren heerbann die unmündigen und verführten arbeiterscharen auf den himmlischen leib christi die kirche zu vernichten mich ärgerten die worte blicke gesten dieses spitznäsigen ich fragte warum denn wenn schon der jude der antichrist wäre die kirche seines kults seiner mythologie und geschichte nicht entraten könne und ob denn diese kirche nicht von juden geschaffen worden sei und allein von ihnen mit ausnahme der hellenischen einflüsse ihre form empfangen habe ich für meinen teil hätte unter juden immer die herrlichsten menschen gefunden meine worte wirkten wie eine kriegserklärung der pfaffe verdrehte die augen die generalin bekam einen asthmatischen hustenanfall und mein vater den besonders die worte mythologie und hellenisch ärgerten schrie mich an ein offizier hat mit keinem juden zu verkehren ich war gründlich abgefallen das wort abtreten von fern her schnarrte es durch meine seele man schwieg endlich fragte mich die generalin meine stiefmutter kalt können sie brit spielen nein ich empfahl mich während die drei sich zum spieltisch setzten und keine miene machten mir mehr als ein förmliches abschiedswort zu geben oder für ein andermal mich in mein vaterhaus zu bitten auf dem heimweg erfüllte mich ein starkes glückliches gefühl mit diesem menschen bin ich fertig vater ist er nicht mehr nicht mehr der gegenstand dieser beleidigten herabgewürdigten knabenliebe zitternde ehrfurcht und zart gekränkte sehnsucht vorbei für immer wer ist der mann ein gleichgültiger vorgesetzer dessen baldiger tod mich nur vergnügen sollte o wie gut kalt war mir zumute nicht mehr wie heute mittag werde ich ihn im sinnbild einer straßenlaterne erwürgen jetzt bin ich frei und jetzt werde ich mich auch frei machen von diesem sklavenkleid geduld nur einige monate noch ich schlief sehr gut